Willkommen zu Nerve. Ein Spiel wie Wahrheit oder Pflicht, nur ohne die Wahrheit. Watcher zahlen, um zuzusehen. Player spielen, um Geld und Ruhm zu gewinnen. Bist du Watcher oder Player? Bist du Watcher oder Player? Bist du Watcher oder Player? Watch Player. Cool, oder? Sieht irgendwie strange aus. Ist das legal? Wie? Das Leben rauscht an dir vorbei. Du musst ab und zu mal was riskieren. Ich riskiere doch was. Okay, du spielst Nerve. Traust du dir das zu, wie? Küsse einen Fremden für fünf Sekunden? Küsse einfach den da. Okay. Okay, bis dann. Die Watcher wollen anscheinend, dass wir ein Team werden. Ich glaub nicht, dass ich eine gute Partnerin wär. Komm schon, mal sehen, was noch so passiert. Okay. Ist das wie? Wo finde ich dieses Kleid? Mein Geld, meine Klamotten, alles weg. Mein ganzes Zeug ist auch weg. Lass uns abhauen. Ich klaue nicht. Wir haben keine Wahl. Eigentlich sollen wir nur das Geschäft verlassen. Ich bin dein Fan. Wir sehen nur noch das Y von Daddy. Was? Das ist ein Scherz. Dollar, dollar, bill, y'all. In Seattle ist einer beim Nerf spielen draufgegangen. Und wenn ich aussteige? Verlierst du alles. Unser ganzes Geld ist weg. Warte mal, was? Hey, hey, hey. Offizier! Ich brauch Hilfe. Rhi, tu das nicht. Woher wissen Sie, wie ich heiße? Scheiße, was ist hier los? Watcher haben unsere Identität gestohlen. Wir sind jetzt im Spiel gefangen. Wie? Wir kontrollieren dein Leben. Der einzige Ausweg ist zu gewinnen. Denk dran, du bist meine Augen. Oh mein Gott. Schneller! Ah! Player. Zeigt uns eure Waffen. Also, das war jetzt das YouTube-Video dazu zum Trailer. Ich hab mir das angeguckt und hab mir gedacht, dieses Prinzip, Watcher der Player, ist eigentlich genial. Und warum machen wir das nicht? Also, auf diesem YouTube-Kanal wird wahrscheinlich jede Woche, wenn es jetzt funktioniert, eins von diesen Videos kommen. Watcher oder Player. Ihr müsst natürlich uns den Gefallen tun und schreiben, was ihr wollt. Also, wenn ihr wollt, dass wir, keine Ahnung, auf irgendwas hochklettern oder wollt, dass dies passiert, das passiert, müsst ihr kommentieren. Ja, so funktioniert das ganze Spiel. So funktioniert das ganze Spiel.